Was? Eier? Ostereier, ne? Ich hab Eier immer dabei. Ostern, feiern Sie Ostern? Ja, ja, feiern. Alles Feierei. Ich gestern gemacht Feier, heute auch Feier. Vielleicht mit dieser Frau, mach auch Feier. Du weißt nicht, ich brauch Papiere. Und feiern Sie jetzt Ostern oder nicht? Ja, ja, feiern muss, muss immer. Wenn Feier, du machst Feier, ich komm auch. Wie findet Ostern bei Ihnen statt? Was ist das? Ostern. Sie feiern Ostern, haben Sie gerade gesagt. Wie findet das bei Ihnen statt? Mit Alkohol. Und Frauen. Und ein bisschen Musik. Und Eier? Ah, immer dabei. Zwei immer dabei. Bei dir auch dabei. Zwei? Du, Frau? Kein Mann? Kein Mann? Doch, doch, klar Mann. Aber es geht ja hier um den... Wir haben ja heute Ostermontag und es geht ja spezifisch um die Ostereier. Sie verwechseln gerade was. In meinem Land, ich verstehe nichts. Ich bin nicht lange in Deutschland. Das ist schwer. Erdennen, erdennen. Es ist schwer, schwer. Nichts verstehen. Du willst Eier von mir oder was? Oder ich nicht verstehe. Ich habe zwei dabei. Aber gut auch. Du brauchst Eier essen. Na ja, wie in Deutschland. Hier in Ostern. Wir verstecken Eier. Und die Kinder suchen die Eier. Was? In meine Hose suchen Kinder. In meinem Heimatland. Aufpassen. Das, was du machst. Nichts gut. Nicht fragen mit mir sowas. Nicht fragen mit mir. Nicht fragen. Bitte nicht fragen. Tut mir leid. Ich muss gehen. Nein. Nein.